Jetzt suchen wir mal unser Schiff wieder Und das heißt, wenn wir grad schon hier sind, könnten wir was speichern Weil wir grad schon in der Wildnis verloren sind Das ist jetzt 70%, ich sollte also Schaffst du es den Spruch zu lernen? Soll ich mir mal aufschreiben? Aufschreiben nicht vergessen Das war jetzt Anti-Magie 3 So, hier habe ich noch Die Nation, die ich immer noch nicht klären kann Und Licht 3 So, um mein Glück jetzt nicht zu sehr herauszufordern Gegenstand abgeben Schlaf Blinden Waffen macht 3 Und was möchte ich noch abgeben? Ich möchte abgeben Identifikation Und mal speichern So Schenk wir mal drauf Uh, da hört wieder gleich ein Fikation Fikation möchte ich Habe ich noch gelernt Gleich Werd ich gleich gelernt haben Werd ich gleich gelernt haben Wer hat es jetzt nicht kommen sehen? Hand hoch Und jetzt alle die Hand hoch haben Schämt euch Ich habe euch Ich habe echt viel geleistet Ich habe die Gilde ein bisschen aufgeräupt Habe Pilze gegessen Habe derweil Graumachige Gilde aufgeräupt Habe Pilze gegessen Ich hatte eine Rematch Diskussion mit Irrwichten Die aber andere Irrwichte waren als die Die ich rematchen wollte Äh Ich habe gewonnen Aha Und jetzt noch Waffen macht 3 Hey hey So Jetzt ist bald mein Füller wirklich leer Und schon haben wir neue Zauber Können wir gleich mal testen hier Ja Ja Licht 3 Wow Baby Geht mir ein Licht auf Ha 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 So jetzt hält die Scheiße auch eine Zeit lang Und ich könnte Äh Moment was Ich kann Levitation schon Tatsächlich Kein Wunder dass der Spruch nicht funktioniert Das wollte ich jetzt zwar nicht Aber ich könnte Identifikation Bei wem soll der Gegenstand identifiziert werden? Bei ihm Silberring Ah Danke für nichts Wow Das Licht ist ja böse So wie gehe ich da jetzt am schnellsten Schräg Schräg ist immer gut Dann sollte ich Ne Moment Da komme ich ja Wie komme ich denn da raus du Komme ich ja irgendwo bei Godspain raus Wollen wir nach Godspain gehen? Komm Nach Godspain Ich kotze ja ans Bein ey Ich glaube es gibt kein größeres Licht als Licht 3 Endlich sind wir auch mal Endlich sind wir auch mal ein helles Licht Soll jetzt auch noch länger halten als Licht 2 Da will ich ja gar nicht wissen wie Licht 1 ist Ziemlich dunkel wie dein Kopf Oh ja ich müsste recht nah bei Godspain landen Was? Was ist das schon wieder? Ich bin einfach zu neugierig um da einfach dann vorbeizusegeln Das ist nicht mal auf meiner Karte verzeichnet Mann muss das geheim sein Es ist so geheim Nicht einmal auf dieser Karte ist das verzeichnet Hallo mein Freund Du hast nun Besuch Freue dich Freue er es sie sich Äh Haus des Rätselmeisters Was ist das? Was war denn das da unten? Moment was? Da stimmt irgendwas mit der Karte nicht Wer schickt euch? Äh Moment Habe ich seinen Namen aufgeschrieben? Nein Ja ich glaube das war er da Seiner einer war das glaube ich Habe ich den hier stehen? Was? Hä? Warum nicht? Was ist doch hier? Soll ich verarschen spiel? Ja Ja ist gut So jetzt bin ich zu So lass mich hier raus Äh Nachricht Ich hatte doch hier sogar irgendwo Ich hab das doch Oder war das der Rätselmeister der Name? Was ist Merkzettel? Merkzettel war Ah ja das war das hier Judenschrift Ähm Was stand denn da drin? Nein Man kann es natürlich auch nicht abbrechen Sondern man muss es komplett lesen Ah komm schon Ja Ja Melvin Nein das war auch nicht Tagebuchzeit ist sowieso glaube ich komplett falsch Ist das weggeworfen oder was? Sehr gut Ich weiß nicht mal wer mich schickt Wunderschön Ich weiß mal wieder von nichts Was? Was? Wo bin ich? Bin ich denn jetzt hier schon wieder? Gute Frage Nächste Frage Wo bin ich hier? Ah das könnte das War eigentlich was? Und da verschwindet schon mal ein Zettel Was? Ist doch wichtig So ein bisschen Du 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 Kannst du das bitte mal laden Wo auch immer ich jetzt hier schon wieder bin Wird ich denn so auch so genau wissen wo ich hier bin Rätsel Was? Was? Ach fuck Ist das ein Unsinn Ich bin gar völlig verwirrt Was? Woher müsste ich denn jetzt hier lang fahren? Hä? Bin ich jetzt von da nach da gekommen? Wie zur Hölle ist diese Welt zusammengebaut? Ich mein sie ist irgendwie rund aber was? Was zur Hölle wo fahre ich hier rum? Ah! Irgendwo bin ich da auf dem Wasser und ich steig aus Sehr klug Wir fahren einfach mal weiter Werden hier heute schon wieder Land finden Pilze und Segel ist keine gute Idee So würde das Let's Play jemand gucken Würde sich wahrscheinlich irgendwann darüber beschweren Dass ich die Geschwindigkeit auf meine Kriegerin ausschließlich fixiere Aber das macht ja keiner so So Wo bin ich hier? Ist das das was... Oh das sieht gut aus Ist hier Wald? Nein hier sind Berge Äh wo bin ich hier? Nächste Frage Will ich hier sein? Könnte möglich sein, dass ich jetzt hier bin? Müsste ich hier so nach rechts segeln? Rechts! Warum hier noch segeln? Ja Dann geht es hier einmal runter Bin ich hier richtig? Nee doch vielleicht Sehr gebirgig hier Ist schwierig zu sagen wo ich gerade bin ich weiß es selbst nicht so kann ich endlich mal das motorboot erfinden fels ich habe ein portal doch doch das sieht gut aus hier haben wir diese wüste in die ich später glaube ich auch noch mal muss ich glaube ja 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 hier bin ich glaube ich genau fast schon richtig so jetzt weiter leichtes knacksen das muss jemand beheben ich sollte vielleicht mal so schräg runterfahren das könnte weiterhelfen dann komme ich dahin wo ich hin will was schon mal gut ist glaube ich nehmen wir an es wäre gut müsste meine pferde sein jetzt haben wir doch nichts vom pferd das problem ist jetzt ich sehe schon wieder nichts mehr aber hier ist der wald im wald da wohnen irgendwo die magier warum auch immer die weißen magier im wald sind naja dann warten wir auf kleine kinder so jetzt nicht so weit laufen ich habe ja jetzt hier alles gesäubert so und da bin ich auch schon wieder drin ich lasse mich da jetzt nicht rein die dreckssäcke 18 bis 22 die 10 bis 22 uhr und da waren es 8 bis 18 diese faulen gesindel hier ich will auch nur aufleveln was mich rein so jetzt aber also so wir brauchen stärkeres krieg immer mal geld auf die stelle geht das schon magie benutzen jetzt aber 76 102 das ist schon so ein bisschen lächerlich die machen erst um 10 auf und wahrscheinlich nichts neues ne wahrscheinlich nicht das kennen wir doch schon die haben immer den gleichen strott geld ich will kann ich glaube ich habe wie wiederbeleben und allheilung ich möchte definitiv wiederbelebung kaufe und allheilung so und das geld behalte ich dann mal schreibe ich das besser gleich auf den strich hier mal ein bisschen länger machen die kinderstriche so dann kriegst du das gleich mal reingedrückt und ich hau ab hat sich doch gelohnt hier zu kaufen kaufen sie wieder bei uns nächstes mal haben wir den gleichen strott erneut wow ich brauche 10 minuten um hier rauszulaufen so lange ist der gang draußen ist es mir zu warm ich gehe noch mal ins kühle dunkle so jetzt wollen wir noch unser schiff wow ich habe fast perfekt geparkt man bin ich gut da sind meine pferde zählen wir doch nichts vom pferd was haben wir da da haben wir glaube ich die pirateninsel da wollen wir auch noch mal ja ja da wollten wir auch noch mal hin die frage ist habe ich jetzt genug tragekapazität ich probiere es lieber nicht aus es endet sonst daran dass ich irgendwas wertvolles habe aber ich es nicht mitnehmen kann ja eichentore und so ne sollt ihr was anderes zeigen das große und auch eisie ja vergiss das go crystal da muss ich nicht so oft hin weil paladin levelt auch irgendwie so gar nicht so ein halber magier so vom level geschwindigkeit her aber der kriegt jetzt gleich mal mehr verteidigung du 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 so rein komme ich raus nicht mehr alle wege für unsere paradigilde keiner führt mehr zurück sowas war hier was bibliothek der gilde bis zum nech leck mich schwer leck mich so kostet doch einen haufen kohle so parade so weiter erhöhen 175 das ist ja gar nix der andere trinkt die ganze zeit sein bier das ist der bier krug ohne boden er wird niemals leer und ich bin immer voll tolle sache das so zehn uhr hieß es ne so zehn uhr sind wir endlich offen wird auch zeit hier was habt ihr denn zum angebot heilung 4 3 alter um heilen heilung zwei schrott hat sich nicht klot irgendwie von da und dann da und dann glaube ich da und dann von da und dann habe ich sogar mal geschafft ich will mich hier ein bisschen drehen und ein bisschen hier raus und dann geht es da raus fast auf anhieb gefunden bin ja fast schon stolz auf mich aber nur fast so jetzt schnappen unser schiff hier und segeln wieder runter ja der steg ist auch mal 20 minuten laufzeit entfernt auch ganz toll ich muss auch langsam mal den strott verkaufen wenn ich könnte meine pferde mal wieder mitnehmen ich die nicht vergesse so vergisst die pferde die haben geld gekostet jetzt können sie vergessen wir haben schon dafür bezahlt und sie hat nicht geschmeckt hab schon bessere lasagne gegessen so da ist irgendwo die hütte glaube ich und dann das ist hier irgendwo twin lake irgendwo ist diese stadt schon also irgendwo hallo da schon mal nicht also sie kann jetzt entweder rechts davon sein oder links ich glaube links nein sie ist rechts davon natürlich reicht das haben wir richtig so jetzt wollen wir erstmal die stadt suchen und dann erstmal wie so ein obdachloser vor der stadt schlafen nein wir rasten ja nur wir rasen ja nur hier durch die geht wir wollen zauber lernen und zwar möchten wir einmal lernen nein das können wir schon wiederbelebung haha und ich habe es geschafft haha ich habe es tatsächlich zweimal geschafft zauber zu lernen gucken ob sie da sind wir überleben und allheilung wow die frisst ja richtig viel das taugt für die was ich sehe es gerade nicht so wirklich naja hält sie in grenzen aber jetzt hat auf hart kommt gut die balken werden ja auch nicht länger aber die lebenspunkte die süße ist man richtig langen balken so wir wollen auf jeden fall aufleveln unsere mächtigen krieger sterben wir bald geld auf den tisch äh was äh ok warum nicht ich habe da scheinbar schon was gefunden was bei der attacke erhöht kann das sein Moment jetzt habe ich 99 von 95 ja 94 von 95 verdammt dann kann ich das schwert nie wieder weg legen verdammter 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 ich kann inzwischen übrigens 105 kilo tragen hm naja dann muss ich das schwert eben für alle zeiten behalten dafür kann ich 105 prozent äh ne 110 prozent wahrscheinlich sogar angriff machen ne Moment und jetzt habe ich 94 und jetzt habe ich 99 also kann ich 100 prozent angriff machen das ist irgendwie gut glaube ich jetzt muss ich noch dieses schild finden ich hoffe ich habe es nicht schon gefunden und außerdem verkauft weil ich es nicht bemerkt habe